Jetzt bin ich von Johannes aus dem Hotel Den Engel in Deutschland. Johannes, gut gemacht auf Ihres Golf Awards. Würdest du ein paar Worte sagen, in Englisch oder vielleicht in Deutschland? Ja, vielen Dank für die Glückwünsche erstens. Ich freue mich natürlich sehr für diesen tollen Award. Und natürlich muss man erstmal Danke sagen bei dem tollen Team, was wir haben. Ohne das wäre es natürlich gar nicht möglich. Und außerdem natürlich auch wahnsinnig tolle Gäste. Wir hoffen auf viele tolle Jahre, viele neue Herausforderungen. Wir lieben, was wir machen. Und ja, vielen Dank für den Award. Das ist der Preis für harte Arbeit. Wir lieben die Herausforderung. Vielen Dank. Johannes, congratulations, well done and enjoy your evening. Vielen Dank. Wir werden den Abend bald genießen und ausgelassen feiern. Vielen Dank. Thank you.